bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh liebe geschwister erstmal wollte ich euch darauf aufmerksam machen dass die letzten tage vom shawwal angebrochen sind ich glaube morgen ist der 26. shawwal und ihr habt also noch drei bis vier tage zeit wenn morgen der 6 ich weiß nicht ob es der 25 oder 26 morgen ist die tage die ihr zu fasten habt von den sechs tagen zu fasten das thema wie ihr seht ist was können wir muslime von cristiano ronaldo lernen da wird der ein oder andere vielleicht sagen ja cristiano ronaldo ist kein muslim was soll ich von ihm lernen erst mal wir muslime wir sollten gutes wenn jemand eine gute eigenschaft hat sollten wir davon profitieren egal ob er muslim ist oder nicht muslim ist solange diese eigenschaft nicht zum schlechten einlebt und amal khattab radiallahu anhu der hat gesagt oh allah ich suche zu ala humma in yahudhubika min ajzil mu'min wa jalat al-kafir das heißt ich suche bei dir zuflucht vor dem vor der unfähigkeit des gläubigen und vor der jalat das heißt so diese entschlossenheit stärke fähigkeit des kafirs das heißt wir schauen uns an wo hat jemand eine gute eigenschaft aber natürlich dürfen wir als muslime nicht vergessen dass unser ultimatives vorbild der prophet alaihissalat wassalam ist über den allah in suche 33 vers 21 sagt im gesandten allahs hattet ihr schon das beste beispiel und an anderer stelle sagt allah ihr hattet schon das beste beispiel in ibrahim und die die mit ihm waren die mufessirun das heißt die jenigen die den koran erklären sagen die die mit ihm sind sind wer sind die anderen propheten weil ibrahim ist abu al-anbiya der vater abu al-anbiya der vater der propheten so wird er auch genannt das ist unser vorbild auf andere seite ist unser vorbild sind die sahaba der prophet alaihissalat ussalam Allah sagt im koran in suche 9 vers 100 wassabikun al awwaluna min al muhajirina wal ansar wal ladhina tabaun bi ihsan die vorausgehalten von den muhajirun und den ansar und die ihm die im guten handel folgen radiallahu anhu und radu an sie mit ihnen ist sie sind mit allah zufrieden und er ist mit ihnen zufrieden allah sagt im koran ulai kellezina hada allah fabi huddahu muqtadi dies sind diejenigen die allah recht geleitet hat sind die propheten gemeint so nehmt euch ein beispiel an ihrer recht leitung der prophet alaihissalat ussalam sagte faman ja ich minkum fasayyara ikhtilafen kathira fa alaikum bis sunnati wa sunnatu al-kula fa ar-rashidi al-mahdiyin wer von euch lebt der wird viele meinungsverschiedenheiten sehen so nehmt euch so folgt meiner sunnah und der sunnah der recht geleiteten khalifen dann gibt es einen hadith wo der prophet sagt iqtadu billah veyni min baadi abu bakar nehmt euch ein vorbild folgt denen die den beiden die nachbekommen abu bakar und omar wie gesagt das sind unsere vorbilder der prophet alaihissalat ussalam die anderen propheten und dann die sahaba riduwanullah allein und an erster stelle von den sahaba die kula far-rashidun von der kula far-rashidun an erster stelle abu bakar und omar auf jeden fall um darauf zurückzukommen liebe geschwister was können wir in seinem beispiel nehmen was können wir von christiano ronaldo lernen subhanallah christiano ronaldo hat als kleines kind ein ziel gehabt er wollte ein großer fußballstar werden er kam von der insel madeira diesem atlantischen er kam von der insel madeira im atlantischen ozean ja und er wollte ein fußballstar werden als er zwölf jahre alt war wurde er geholt von sporting lissabon wie bei des lissabon von der insel madeira entfernt sport lissabon ist von der insel madeira fast 1000 kilometer entfernt das heißt als er zwölf jahre alt war für sein ziel was er hatte war er bereit seine familie zu verlassen seine mutter zu verlassen seine geschwister zu verlassen seinen vater zu verlassen weil er so sehr an dieses so sehr dieses ziel erreichen wollte und das liebe geschwister ist eine sunatullah das hier das heißt eine sunat eine gesetzmäßigkeit von allah dass jemand der ein ziel hat und den weg beschreitet dieses ziel zu erreichen egal in welchem bereich sei es wirtschaftlicher bereich sei es militärischer bereich sei es politischer bereich sei es beruflicher bereich dass er in den meisten fällen wenn er derjenige ist der sich am meisten anstrengt auch weit kommt auf jeden fall mit zwölf jahren hat er schon was verlassen seine heimat verlassen ich frage hier wer ist bereit mit 18 jahren wenn er die schule zu ende hat beispielsweise nach marokko zu gehen oder nach ägypten zu gehen oder nach saudi arabien zu gehen oder irgendein islamisches land zu gehen und bei einem gelehrten jahrelang zu sitzen und dort den islam richtig zu studieren um den islam mit argumenten zu verteidigen wer ist dazu bereit subhanallah wir sehen dass die großen gelehrten des islams dass die großen gelehrten des islams zum beispiel im schaafi schon als jugendlich als als man kann fast sagen als kleine junge weggegangen ist von zu hause um wissen zu erlernen wir sehen dass die großen gelehrten wie bukhari tausende kilometer gewandert sind um wissen zu bekommen um einen hadith zu bekommen und heutzutage haben wir möglichkeiten beispielsweise ich kann zum beispiel sagen in katar gibt es zum beispiel ein institut für jugendliche wo es ein internat gibt und die die bedingungen sind nicht so schlecht wie beispielsweise zur damaligen zeit bei unseren gelehrten wo man wenn man die schule abgeschlossen hat den real schulabschluss beispielsweise hat lernen kann man sitzt dort vier bis sechs jahre lernt die arabische sprache lernt den koran auswendig und ihr seht auch videos davon auf meine die habe ich schon auf meiner seite hochgeladen wer ist dazu bereit jeder war schon mit zwölf jahren bereit mit zwölf jahren war er bereit von zu hause weg zu gehen auf ein internat seine familie zu verlassen wie ihr müsst euch vorstellen liebe geschwister hört ihr mich gut inshallah auf jeden fall wer ist mit zwölf jahren bereit motiviert was zu machen sich jeden tag ein buch zu nehmen wir reden wir gar nicht von von zu hause weg gehen weil du hast das buch bei dir zu hause scheich huthemian rahmallah der wurde gefragt ob man auch ein gelehrter werden kann mit dem durch bücher durch kassetten ob man dadurch viel wissen bekommen kann wenn man keine möglichkeit hat zu gelehrten zu gehen und er hat gesagt ja das heißt wer hat das vor wer hört sich jeden tag unterrichter an wer liest jeden tag 20 seiten vom koran subhanallah oder vielleicht man bringt den islam nicht nur weiter mit wissen aber wissen ist eine sache die mir hier besonders am herzen liegt weil ich sie hier eine besondere priorität sehe durch seinen beruf durch seine arbeit durch seine erziehung vielleicht will jemand einen beruf erlernen womit er den muslimen helfen kann wer hatte diese motivation mit zwölf mit 14 mit 16 mit 18 mit 40 jetzt wird jemand sagen mit 40 ist das schon zu spät nein liebe geschwister mit 40 ist nicht zu spät ihm mit huseyma radiallahu rahmallah einer der großen gelehrten des islams er hat mit 40 jahren angefangen mit 40 jahren angefangen den islam zu studieren ibn hasen eine an eine rechtsschule wurde praktisch nach ihm benannt obwohl sie eigentlich abu darwin benannt wurde aber er war sozusagen der mujadid der diese rechtsschule hervorgebracht hat er mit 28 jahren angefangen islamisches wissen richtig zu studieren das heißt es ist nicht zu spät warum weil du hast jemand der dir helfen kann im tan surullahi en zurku wenn du allah hilfst allah wird dir helfen gehen bleiben wir weiter bei christiano ronaldo die trainer sagten über ihn ja er war mit karechma zusammen ein anderer fußballspieler heute bei beschickt das ist dann wohl spielt und der hatte ein größeres talent aber die trainer haben gesagt christiano ronaldo war der der hat trainiert bis zum umfall der hat nach seinem training sogar noch überstunden genommen und bestimmte techniken immer wieder immer wieder immer wieder versucht das heißt der hatte nicht das größte talent deswegen sage ich demjenigen der vielleicht nicht so eine große fähigkeit hat auswendig zu lernen und ein anderer mit dem er zusammen studiert der hat vielleicht der kann viel besser auswendig lernen es kommt dass es ist wichtiger den willen zu haben als das talent zu haben das zeigt die erfahrung der wille zu haben ist wichtiger als das talent zu haben man sagt doch dieses sprichwort hat ein wahren hintergrund wille versetzt berge und mohammed ali hat gesagt du brauchst wille und talent aber du brauchst mehr wille als talent weil wie viele große talente sind schon sind schon auf die schnauze gefallen haben es nicht geschafft auf jeden fall und man sagt über ihn er hat trainiert bis zum umfallen einer hat gesagt jose morinio hat über ihn gesagt dass er ein arbeitspferd ist beim training furgeson ein berühmter trainer legende von manchester united hat über ihn gesagt dass er nie jemanden gesehen hat der so trainiert hat wie er er war so ehrgeizig gewesen sogar wenn er im tischtennis verloren hat und hier geht es jetzt nicht darum dass er fußballspieler werden sollt ich will nur sagen wenn er diesen ehrgeiz hatte für dunia für geld zu bekommen für ruhm zu bekommen warum hier haben wir diese diese motivation nicht um uns achira zu kommen um diese religion die wir lieben mit argumenten schön darzustellen warum haben wir nicht die motivation diese religion die wir lieben zu verteidigen indem wir sie richtig lernen und verbreiten oder indem wir dauer machen oder was auch immer oder indem wir oder warum haben wir nicht die motivation menschen zu helfen indem wir hilfsorganisationen gründen warum nicht da kommen wir nachher drauf was war der antrieb was christianos ronaldo so sehr angetrieben hat warum hatte er mehr wille als andere schaut euch an als er im tischtennis verloren hat er sich eine tischtennisplatte gekauft eine tischtennisplatte gekauft und hat daraufhin hat daraufhin bei der tischtennisplatte zwei monate trainiert damit er einen tischtennis schlägt heutzutage ein spieler ein mitspieler von ihm sagte geh niemals bei ihm essen weil du isst nur diese gesunde kosten die nicht schmeckt sinngemäß ja der hat einen genauen ernährungsplan der hat sogar einen schlafplan dass er fünfmal am tag anderthalb stunden schläft und bei ihm laufen zu hause nur physiotherapeuten und ernährungsberater rum warum weil er alles auf sein ziel fokussiert hat wieso weil er sein ziel visualisiert er hat sein ziel vor augen ich will dorthin ich will den großen erfolg haben wie können wir unser ziel visualisieren was ist unser ziel im endeffekt unser ziel ist das paradies unser ziel ist vor der hölle gerettet zu werden unser ziel ist allah die liebe für allah subhanahu wa ta'ala das ist unser ziel wie können wir das visualisieren ich gebe euch ein tipp lest jeden tag den koran denn da wird euch ein bild gezeigt von der hölle da wird euch ein bild gezeigt ungefähres bild natürlich so dass wir es verstehen können vom paradies da werden euch die eigenschaften von allah subhanahu wa ta'ala beschrieben was zur liebe führt und wenn man das hat dann hat man den antrieb dann wird man sich sagen wie kann ich das ziel erreichen wie kann ich etwas für diese religion tun es ist doch eine schande dass wir jemanden haben der kein muslim ist der seine ernährung umstellt der schläft zu bestimmten zeiten der sich jeden tag bemüht und alles gibt für sein ziel und glaubt mir ein fußballspieler zu sein fußballprofi sein ist nicht etwas einfaches leute sagen immer die verdienen so viel geld das ist totaler quatsch die haben auch einen viel größeren psychischen druck und die haben physisches train wenn das so einfach ist dann wärt doch selber fußballprofi es ist nicht nur talent es kommt vor allen dingen auf den willen an so aber das ist das erste das zweite was ich euch sage liebe geschwister schaut mal der verein sporting lissabon wo haben die rein investiert die haben in die jugend investiert die haben in den nachwuchs investiert das war ihr haupt sie wussten das wichtigste für unsere vereine ist der nachwuchs die spieler das ist das a und o nicht das stadion nicht der rasen das sind nebensächlichkeiten das wichtigste sind die spieler wir und das ist auch etwas was wir aus dieser geschichte lernen können kurioserweise in deutschland es wird alles in das gebäude investiert ich kenne nicht eine einzige moschee die gesagt hat wir sammeln geld beim freitags gebet und dadurch ermöglichen wir es einem oder zwei jugendlichen sechs jahre im ausland studieren zu gehen zum beispiel in marokko gibt es sehr sehr gute institute um den islam richtig zu studieren damit die dann nach sechs sieben jahren wiederkommen den koran auswendig gelernt haben hier in deutschland die umstände kennen die deutsche sprache beherrschen und unsere jugend vom islam erzählen können fast in allen arabischen moscheen oder in einem großteil der arabischen moscheen nichts gegen die imame sitzen imame die die deutsche sprache nicht beherrschen beziehungsweise wenn sie sie beherrschen nicht in deutschland aufgewachsen sind die lebenswirklichkeit der jugendlichkeit und deswegen die jugend auch natürlicherweise nicht zu erreichen können in den meisten fällen ich rede nicht ausnahmen bestätigen selbstverständlich die regeln das heißt was brauchen wir wir brauchen nachwuchs deswegen sollte jede moschee das ist ein aufruf von mir an alle marokkanischen moschee sucht euch jugendliche aus die bei euch in die moschee kommen die talent haben und die lust haben und die wille haben und versucht sie dazu zu motivieren ins ausland zu gehen zum beispiel nach marokko gibt es viele institute wo man sehr gut den islam lernen kann oder von mir aus in anderen ländern wo sie den islam lernen ihr sagt wir bezahlen euch die wohnung wir bezahlen euch das haus äh die wohnung kleine wohnung essen trinken und ihr könnt dort studieren und nach diesen jahren kommt ihr wieder und seid imam bei uns in der moschee wenn wir es so schaffen in hunderten moscheen leute die top ausgebildet sind und noch dazu die deutsche sprache beherrschen und noch dazu die lebenswirklichkeit lebenswirklichkeit der jugend kennen hier als imame einzustellen dann können wir wirklich etwas verändern dann können wir spielen dann können wir in der top liga mitspielen aber wenn wir unser geld immer nur in die sitzplätze investieren und in den rasen investieren beziehungsweise rasen ist hier ich habe das als beispiel genommen der teppich in der moschee und der sitzplatz sind die stühle und die küche und dieses und nächstes alles schön aber priorität ist der nachwuchs deswegen mein aufruf an alle moscheen nehmt euch ein beispiel an den top fußballvereinen die top fußballvereine was machen die die investieren ihr geld in die jugend damit sie top spiele haben damit sie erfolg haben können das muss euer hauptaugenmerk sein es wird immer am wochenende am freitag so viel geld gesammelt für alles mögliche warum nicht dafür es gibt so viele studenten die in saudi arabien studiert haben die in ägypten studiert haben die in öh die von mir aus in mauretanien studiert haben oder in malaysa die aufgehört haben zu studieren weil sie es finanziell nicht mehr leisten konnten das sind jugendliche die haben eine familie konnten es sich nicht mehr leisten beispielsweise wenn du in saudi arabien studierst man kann auch nicht von jemandem der hat beispielsweise vorher schon geheiratet die bezahlen ihm das geld für ihn dass er im studenten wohnheim wohnt aber nicht dass er sich eine eigene wohnung leistet nicht das essen für die familie noch dazu das bezahlen sie ihm nicht das heißt wenn ihn keiner fördert wird er wahrscheinlich irgendwann das studium abbrechen dann ist die frau schwanger dann muss er dort selber bezahlen dass die frau entbindet und was passiert er hat das geld nicht dafür deswegen fördert die jugend fördert die jugend und ich habe schon mit dem bruder von ihed gesprochen vielleicht werden wir auch so machen weil das ist das wichtigste für uns hier in deutschland dass wir studenten unterstützen im ausland damit sie dort studieren können weil so viele haben das studium abgebrochen wie gesagt das ist meine botschaft von heute und möge allah subhanahu wa ta'ala uns segnen und ich sage zu jedem der lernen will man man kharja fi tala bil elmi fuhur fi sabili la hata yarja wer raus geht um wissen zu erlangen der ist auf dem weg allahs also eine art von jihad bis er zurückkehrt möge allah uns zugegen machen die nützliches wissen fordern die lernen um diese religion auf die schönste art und weise darzustellen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cheijo die her ver mehr kon swear wir haben bei ohne die wird wie sondern muss Vielen Dank.